Drei Dinge, die wichtig sind. Wichtig Für den Klimaschutz ist es wichtig, Energie zu sparen und Ressourcen zu schonen. Energiesparen reduziert den CO2-Ausstoß und trägt zum Klimaschutz bei. Es ist wichtig, den eigenen Lebenslauf regelmäßig zu aktualisieren. Es ist wichtig, den eigenen Lebenslauf regelmäßig zu aktualisieren. Ein aktueller Lebenslauf stellt sicher, dass man auf neue berufliche Chancen vorbereitet ist. Es ist wichtig, regelmäßig Zeit in der Natur zu verbringen, um sich zu erholen. Es ist wichtig, regelmäßig Zeit in der Natur zu verbringen, um sich zu erholen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Amen. Vielen Dank.